hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge von endera und ich habe gerade oder kurz nachdem ich die aufnahme beendet habe gesehen hier steht jetzt eine neue geschlasse hier steht jetzt schwarz magel und dadurch bekomme ich hier mal eben plus 50 und hier mal eben plus 10 in den beiden kategorien was ist mein schimmer am horizont geiles ist mein sakament und deinen fahrt will ich so im leben und im wahnsinn zu finden genau was wollten wir jetzt machen wir wollen jetzt den schwarzen stein genau engel genau unterstadt das bedeutet wir können auch hier runter latschen wo ist denn hier die unterstadt aber es ist das eingang unterstadt da ist es doch gut gut ich habe seit tagen nicht mehr aufgenommen das ist denn das hier hier war ich ja noch nie einen groschen mit am bitte nur einen fleischmaden kranker ich habe solchen hunger okay es ist die unterstadt ich war noch nie in der unterstadt hier habe ich das übersehen karte wo ist die karte m ok ok ja gibt es hier auch irgendwas zielichtiges was man kaufen kann wohnbarackel ok ok der macht sich hier ein schönes lasst mich zum falschen hund einmal kurz gucken was das ist das interessiert mich jetzt was ist hier diese unterstadt der wehrengast bettler was jela so würde ich mich bezeichnen auch wenn die schnösel der goldenen sichel mir da vermutlich widersprechen würden sagen wir es so ich habe sicher das ein oder andere was euch interessieren könnte und einem guten fund eurerseits bin ich nicht abgeneigt ist das nicht das gleiche zeichen was hier hier die die ähm aber die eine frau hier neben uns hat ausgeriehene gegenstände ich glaube ich weiß nicht was ihr meint lasst mal sehen eines die guldsprachen am dosier da ist nichts können wir dem was geben Das Ziel ist fern Folgt dem Vorhaben Und weichet Am Ende Da wartet Die rote Sonne Gehen wir mal Die Komm, egal Machen wir Sicherisch Habt ihr das gehört? Angeblich soll das Anwesen des alten Mannes Einfach verschwunden sein Weiß der schwarze Wächter, was das zu bedeuten hat Was? Was? Schreitet wohl Schreit uns stark, wir Hier ist Hasenfuß Das ist schon Cool Dass es hier gibt Wohnbaracke Da bin ich hergekommen Okay Barackenplatz Boah, ich war noch nie in der Unterstadt Ich hab jetzt Wie viel? 110 120 Folgen Das sind 30 Stunden Enderall gespielt Mein nächstes Let's Play, glaub ich Bis Näh, 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 näh Doch, oder? Mein fast längstes Let's Play Wird wahrscheinlich mein nächstes Let's Play Das einzige, was noch länger ist, war das Das Minecraft Let's Play Aber Geht weiter Die haben ja auch alle so, so Naja So Komische Namen Auf jeden Fall Ich hab das jetzt So lange gespielt Und sie nichts Nichts davon gesehen Das ist schon cool Das ist auch wieder eine Wohnbaracke Hier stand doch Der Marktplatz Genau Hier geht's runter Oh mein Gott Unterstadt Marktplatz Hier bin ich hier überhaupt Hier bin ich hier überhaupt hingekommen Nimmer, Staub und Fläche Danke Das Das ist wirklich sehr großzügig von euch Ach Kann man auch nichts klauen Wir haben hier trotzdem Bücher da stehen Die Leichengrube Boah Zwiebelichtige Gestalt Trägengrube 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 Oh 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 Es brennt Oh 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 So So Sie geht zum Marktplatz Hm Okay Scheiße Verdammt Das ist doch lächerlich Es ist das Leben Natalia 100 pro Bünde Und keinen Groschen weniger Ach Hol dich doch die Pest Es möge dein Weg stets eben sein Wedan Es möge dein Weg stets eben sein So würde ich Sagen wir es so Ausgeriedene Gegenstände Cool Ich glaube Ich weiß nicht was ihr meint Lasst mal sehen Festlederhandschuhe Stahl Festleder Hm Ich kann denn erstmal hier meine 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 Zeugs Da Die rote Sonne Der Realität Der Kriegsrealität Sagen Hm Hm Meisterbuch der Verzauberung Meisterbuch der Alchemie Das Pferdenbuch der Lichtmagie Ah Ne tut mir leid Heile Oh Was habe ich dem jetzt gegeben Ich habe dem jetzt irgendwas gegeben Das wäre nicht cool Aha Feindliederkurs Okay Was hat er denn noch Schleichen Rhetorik Schlösserknacken Rhetorik Fernkampf Okay Nichts was ich gebrauchen könnte Schade Können wir dir noch irgendwas geben Die rote Sonne Wollte ich ihm jetzt eigentlich nicht geben Aber hier Ähm Ne Aber hier die ganzen Gifte Kann ich doch mal Gifte Gifte Die nicht Auch nicht Was haben wir denn hier noch Kann ich dem mal geben Ah guck mal Sternlingshandschuhe Kann ich dem mal geben Magieerfüllte Robe Kann ich dem gegen Eisenschwert Kann ich dem geben Was mit dieser alten Kristallmünze auf sich hat Ist mir noch nicht Nein, nein, nein Keine Dietriche Äh Einzelteile Hier 101 Gut Sichere Straßen Das hier sieht aber auch wirklich Elendig aus Ne Unbaracke Grubenerz Rabaras Der Mechaniker Wieso haben die Hier In der Unterstadt Das Haus der Apothekari Wieso ist das hier unten Ja Es muss doch irgendeine Lösung dafür geben Schreitet wohl Oberster Heiler Das wäre dann am ehesten wohl Schwester Salvira Sie muss hier irgendwo sein Schaut euch einfach um Es brennt Das sieht nicht wirklich geil aus Tapienwurzel Die haben hier schon coole Sachen Aber Es brennt Wer seid ihr Ihr kommt nicht von hier Das sieht man euch an Ja Ach Sieh mal einer an Und Was bringt euch hierher Habt ihr bei all dem Schmutz Keine Angst um eure feinen Gewänder Mhm Ein Problem Seht euch doch mal um Dann seht ihr das Problem Aber was rede ich Was wollt ihr Macht es kurz Was Nein Und ich weiß auch nicht Warum zum Henker Ihr sie finden wollt Jedes Kind weiß doch Dass sie verflucht sind Und jetzt geht Wir haben hier alle Hände voll zu tun Was Und jetzt geht's Und jetzt geht's Wir haben hier Wir haben hier